Hallo Schatzi, da wohnst du, ja ja, ja Schatzi, kannst du reinkommen, bleib ein bisschen drinnen, so, Schatzi denn, ja, so. Und dann, noch eines da, hier auch, ja, kann sie da sein, kann sie da sein, auch da können sie sie verkriechen, wenn sie wollen, überall ist Platz. Das habe ich nicht einmal besonders sauber gemacht, das braucht man nicht, ne? Magst du jetzt drinnen bleiben, wo du willst rausgehen? Aber du weißt ja, wo die Tür ist, ne? Ja, bleib ein bisschen drinnen, du kannst hinten rausgehen. Nein, 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 okay. Du bleibst draußen, wie du willst, wie du willst, wie du willst, fein.